Also ich wollte nur noch kurz sagen, dass ihr nur einen Hashtag reinschreiben dürft in das Kommentar. Und ihr dürft nur einen Kommentar schreiben, denn wenn ihr mehrere Kommentare schreibt oder mehrere Hashtags, dann seid ihr aus dem Gewinnspiel raus. Das wollte ich nur noch mal sagen, eine ganz wichtige Information. Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video von mir. In dem heutigen Video gibt es mal das erste richtige Gewinnspiel auf meinem Kanal. Und zwar findet das auf dem griefergames.net-Server statt. Und zwar ist das ein Weihnachtsgewinnspiel, das bis zum 23. Dezember geht. Und am 24. Dezember werden dann die Gewinner gezogen und das Video kommt online. Wie könnt ihr nun am Gewinnspiel teilnehmen? Ihr müsst natürlich Abonnent dieses Kanals sein, da ich nur meiner Teddy-Army was zurückgeben will. Ihr müsst dieses Video liken und ein Hashtag mit eurem Paket, was ihr haben wollt. Euren Ingame-Namen und warum ihr das Teil gewinnen wollt. So, was gibt es denn jetzt hier überhaupt zu gewinnen bei meinem Gewinnspiel? So, was verlose ich denn nun? Ich verlose einmal 10 Diamantblöcke. Es werden hier auch immer die Hashtags eingeblendet, die ihr schreiben müsst. Einmal 500 Money, einmal eine Lohnroute, ein Drachenei, einen Beckskopf, einen Abgekopf und ein Überraschungspaket, von dem noch niemand weiß, was drin ist. Und das ist auch echt eine freshe Sache, das Überraschungspaket. Ich muss mir noch überlegen, da kommen vielleicht auch geile Sachen rein. Ja, das war es auch von dieser Verlosung. Das Gewinnspiel läuft bis zum 23. Dezember. Das heißt, schreibt jetzt einen Kommentar und nehmt am Gewinnspiel teil. Denn das ist einer einmaligen Sache. Ein Gewinnspiel mache ich nicht einfach so. Das ist jetzt hier einfach nur noch mal ein Geschenk zu Weihnachten. Weil Weihnachten man was schenkt. Ich schenke jetzt meiner Community was. So, ihr habt jetzt auch die Chance, der Hashtag TeddyArmy beizutreten. Das heißt, ihr könnt jetzt, wenn ihr wollt und meinen Kanal feiert und den Content, den ich habe, verfolgen wollt, dann gebt doch ein Abo und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und das war es von dem Video. Wir sehen uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao. Ciao.